ja dann weiter geht's dort das mit meinem aufmessen nein was macht mein tun fischfilet das heißt die stadt könnte jetzt auf jeden fall beutereich sein ja was gar nicht so verkehrt ist spielerreich zu bestätigen kann es das auch sondern aber viele sind immer noch nicht drauf aber es ist ein gutes mittelmaß du wie wo steckst du ich stecke hier im wald wie steckt sich hier im wald ist das die stadt mit dem bahnhof da ist auch ein bahnhof ja und jetzt eine tankstelle also gleich mal ausgucken da steht auch ein zombie drin nicht niederschießend es sei denn ich darf nein du bist so laut machen wir weg ein bisschen zombies spaß muss auch sein ja gut dann machen wir ein bisschen zombies spaß warte mal jetzt will ich mal kurz den ständer ausprobieren da hat ständer gesagt der auch ein zombie glaube ich auch ich habe ihn nicht im visier ich sehe sogar mehrere du und deine artillerie das aber juwe das war auch nicht viel leiser als meine ein bisschen und auch bestimmt ich bin mal langsam runter wenn du was sagst du nicht sagst du da hinten steht noch ein zombie ich sehe auch noch mehrere und wenn ich keinen scope habe muss ich da immer ein bisschen aufpassen einige oh leut jetzt habe ich so geil anvisiert ich bin hochgelaufen jetzt ne sagt eure schüsse mal bitte ein bisschen mit an hab noch nicht geschossen ja ich schieße auch jetzt gleich ja irgendwie die hat nicht so die beste range wirkung da ist die mosin eigentlich deutlich angenehmer hast du einen scope drauf? ne ja dann ist das kein wunder ja es ist halt schwierig ohne scope zu zielen gerade auf die distanz also ich bin an der linken baumreihe ohne ich auch ich bin hinter dir midi ach gut wir müssen jetzt durchaus vorsichtiger sein ne also ich wenn wir schon so rum ballern so ich musste mich nur mal eben verkabeln sonst macht mein headset gleich den deutschen adler aber das könnte mir tatsächlich auch passieren so du ach der hofft da oben auf das Feld naja picknick warte mal ich check eben einmal kurz die tanke also nicht schießen das bin ich ja ich bin ein zombie up next ich bin rechts von der tanke jetzt ne ja ich scope einmal in die stadt rein naja was gebunden und noch nicht ich auch bitte nix alles gut jo keine leichen in irgendwelchen koffer räumen schade ich gucke einmal die straße runter gerade ich sitze ein bisschen rechts von der tankstellung rechts vorne quasi vorne also ein bus da an der ecke ja hier alles klar gut 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 ich glaube ich bin hier ich bin hier 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 ist die hier ist meine lieblings aussage in Daisy wo bist du gerade ja hier achso alles klar ich komme gleich Moment und die ist schon vorne ja vorne ist auch ne kleine polizeistation da ist auch was waffentechnisch drin jo können wir auch gerne einmal auschecken die fps erstmal wieder schön im keller ohja gewaltig ja teilweise hilft so ein bisschen die grafik vorne zu schrauben ich hab die eigentlich schon relativ niedrig auch wenn es nicht so aussieht aber ich hab dich schon relativ niedrig ja dann kannst du auch nicht mehr machen du hast die straße hoch wo ist denn die polizeistation die müsste entweder eine seitenstraße weiter oder direkt hier vorne rechts irgendwo ok da vorne ne die müsste vorne sein als in die polizei oder hier hinten in der ecke ist noch ein Grund falls da einer mal ran muss ne da muss ich nicht ran mh mh ich hätte jetzt das reflexfass auf die kugelscheuche geschossen ey ich bin zu wenig in städten unterwegs das finde ich aber fast das geilste eigentlich ja ja da ist die PI ach ich bin schon wieder durch ein Haus gebackt meine Güte ja ich hab's das sehen so da wo die rechts von der Kreuz um die Lüste liegt ich sicher nach links ab nach rechts ja und sie haben Ton nach hinten rechts ist nichts links auch nicht da sind Zombie-Diener zu sehen das stimmt so ich bin in einer Polizeiwache drin ich bin in einer Polizeiwache drin ich bin in einer Polizeiwache drin so mal gucken was es hier so gibt ein Red Hoodie ich bin in einer Polizeiwache drin eigentlich schon Schalldämpfer ne der ist die höchste ich glaub dafür wird's auch niemals welche geben was sollen das für Schalldämpfer sein sehr große wir sind welche danke doch gleich was haben wir hier liegt eine sks oder doch die kontext also sks brauche ich nicht ich mag meine mosin das wäre tatsächlich äußerst was für mich ja hier liegt auch irgendwo ab und an mal ein buch von call of cthulhu rum finde ich sehr lustig übrigens verbrennen so ein gutes buch großartige bücher hier liegt erstmal noch eine sks das ist ja schlimm wie viele sks liegen denn hier rum jetzt bin ich ja fast geneigt mir auch eine zuzulegen das macht die sind so laut also einen sniper brauchen können ja das stimmt schon wobei ich mir auf die die sks prinzipiell auch der scout bauen kann also das geht ja das kleine funktioniert auf jeden fall auf dem dach liegt noch ein gesunder apfel ein gesunder apfel wenn die in einer will karmine und so nö nicht unbedingt so packung von flex leer gefressen vielleicht hier fress den noch einfach kann ich schaffe ja gut dann esse ich ihn ja packung leer gefressen wir haben mich auch knuspern hören wunderts dass der kehl keinen durst kriegt also nicht mehr so eine ganze packung cornflakes in die birne ballern würde noch eins jetzt ist der zombie oh äpfel geben also frische äpfel geben auf jeden fall auch wasser da kommt ein zombie aus der pampa angelaufen der kann nicht uns gesehen haben boah geil ich hab ne banane gefunden guck mal da kommt ein zombie hinter dem haus der kann doch nicht uns gesehen haben welchen haus hier hinter dem orange müsste da gleich durchgelaufen kommen hier unten sind noch garagen da sollten wir auch reingucken das ist jetzt irgendwie weg aber kann mir halt nicht vorstellen dass er uns gesehen hat aus der distanz er kam ja von den abhang runtergelaufen wirst du ja da kommt noch einer alle zwei dort aber die kann doch nicht uns gesehen haben ich bin da runtergepackt und tot ernsthaft jetzt ja guck mal ob man nicht retten können na 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 tatü tata das ist ein defy dabei Boah, noch ein Zombie, ne, aber ich habe gerade keine Zeit zum gucken, was ich dabei habe. Also bei mir steht halt auch wirklich, you are dead, ne, also. Achso, also so richtig. So richtig. Ja. Das ist natürlich schade. Was haben wir denn alles dabei? Kann man dir noch irgendwas mitnehmen? Ja, guck mal, ob du was gebrauchen kannst. Ich starte mal neu. Ah, Alter, wo kommen die Zombies jetzt her? Wo soll es denn jetzt die taktische Weste, verdammt? Mitte. So, komm hier hin, du, umflünde mal mit seine Leiche. Du kannst auch meine Weste nehmen. Ich kann eher gucken, ob ich die einstecken kann. Erstmal das ganze Zeug, was er hat, um Bewegung und... Ja, ihr schnappt euch, was ihr gebrauchen könnt, letztendlich. Ja, neue Aufgabe. Ja, vor allem habe ich jetzt keine Karte, das ist ein bisschen scheiße. Versuch mal so viel Munition mitzunehmen, wie geht. Von deiner Mose und die willst du wiederhaben, oder? Ja. Natürlich bin ich irgendwo am Meer gespawnt, wo auch sonst. Jetzt bin ich ein schwarzer Mann. Das ist lustig. Bisschen random. Ich gehe mal kurz auf den Desktop, mal gucken, ob er die Aufnahme abbricht. Ich werde jetzt aber mal die Karte öffnen, dann komme ich jetzt nicht drumherum. Also deine Pistole ist ruiniert. Ja, das kommt, weil ich sie wahrscheinlich in der Hand hatte, als ich runterfiel. Deine Magazine habe ich mal eingesteckt. Ja. Das ist doch was. Ja, dein Gewehr kann ich nicht mitnehmen. Das geht. Wie geht? So, nehme ich mal noch mit? So, schauen wir mal. Ein dicke Shirt. Das ist die Weste. Eigentlich müsste ich mit dem Tablet da reingehen, glaube ich. Irgendwann fast noch ein bisschen cooler. Ja, du kannst ja nicht alles mitnehmen, du kannst dir die Maske auf jeden Fall rausnehmen. Finde ich gerade. Ist der Reis schon gekocht, den du da hast, Joby? Nein. Naja, es ist roher Reis, den habe ich davon auch hier auch nicht gekocht. Ah, Hilfe, da ging YouTube auf einmal an. Joby, da brauchst du auch nicht essen eigentlich, der kostet nicht so viel Flüssigkeit. Ja, ich habe das dagegen getrunken. Reis wegschmeißen. Ich muss gerade mal eben die Karte so ein bisschen frei machen. Jetzt sehe ich die Städte da drauf nicht mal. Oh, die Karte ist ein bisschen lästig, weil... Ich habe doch mal eine Möglichkeit, zwei Gewehre mitzunehmen, ne? Und davon eins. Eines in die Hand nimmst. Das hatte ich vorhin mit der Schrotflinte, ja. Wo sie seine Knüfte mitnehmen können, aber... Ich muss jetzt mal gucken, wie das mit der Aufnahme aussieht. Ne, die läuft weiter. So, ich muss jetzt erstmal kurz rausfinden, wo ich bin. Ich höre einen Zombie, machst du den? Willst du versuchen, mal das Gewehr in die Hand zu nehmen? Hm, ich tippe übrigens, kann ich bisher nur schätzen auf Solnichi. Ey, das ist doch gut, das ist... Ach nee, das ist weiter unten. Da muss es aber trotzdem irgendwo die Ostkiste sein. Ja. Bei der Factory in der Nähe. Ich glaube, über der Factory in der... Also, so da in der Gegend. Ich check erstmal kurz, bevor ich hier irgendwas mache. Wo ich bin. Warte, ich gucke eben. Da ist Berencino. Da ist nicht die Factory. Nee, Factory... Soll nicht schnee. Also, wenn du Soll nicht schnee bist, ist Übo dir die Factory. Dann kommen zwei Nester und dann... Ich kann Juvie nicht mehr looten. Ich krieg die Muse nicht mit. Erst sei an meinem Braus sind, jetzt kann ich ihn nicht mehr looten. Also, ich habe hier einen Bahnhof mit mehreren Gleisen. Ey, ich habe sie gerade genommen, jetzt habe ich meine M4 da hinbeschnitten. Ja, ich sehe es. Hat da keiner mit mir geredet? Ähm, nee. Ich meine jetzt ingame. Ja, los, machen wir. Hm. Was ist das denn für eine Stadt? Ich kenne sie wohl, aber ich kann sie gerade nicht zuordnen. Äh, ist das Elektron? Boah, ich kenne die Städte einfach zu wenig. Ich laufe gerade einfach mal hier die Straße lang. Jetzt habe ich hier gerade eh nichts zu verlieren. Hast du noch Platz für Munition für you? Warte, ich esse noch was. Kann ich den Rest auch noch einpacken? Was war denn noch? An die Biotika? Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich in Elektro. Bäh. Lass dich mal von Zombies umbringen. Ja, das ist Elektro. Eigentlich will ich das tatsächlich nicht. Was? Mich von Zombies umbringen lassen. Warum, Tölle, kann ich denn jetzt die Musi nicht mitnehmen? Oder haben die das auch irgendwie gefix? Ich meine sonst, sonst, äh. Ja, scheiß doch drauf. Mensch, Leute. Nö. Du, das ist eine ganz einfache Sache. Schmeiß ich die SKS weg, da kriegst du deine Musin wieder. Nimm doch die Musin einfach. Eben. Man schätzt sich ja mal glücklich. Pff, ne. Ich will nachher wieder eine SKS haben. Du sollst deinen, deinen Musin schon wieder kriegen. Ja, du musst mir die nicht mitnehmen. Ich finde hier sicherlich was. Elektro ist vollkommen ungelootet. Du solltest, du solltest, du solltest, du solltest. Untertitelung des ZDF, 2020